Kapsch, unser Unternehmen, steht für nachhaltige Lösungen im Bereich der Kommunikation, IT-Technik und Digitalisierung, sowie auch im Bereich der Verkehrsleitetechnik. Unsere Lösungen im Bereich der Kommunikation, IT und Digitalisierung werden eingesetzt von Unternehmen aus allen Branchen, sei es Industrie, sei es die Hotellerie, sei es die Banken und Versicherungen. Und unsere Lösungen der Verkehrsleittechnik finden Sie im urbanen sowie im interurbanen Bereich. Wenn man Weltmarktführer in den einen oder anderen Segmenten ist, dann ist es natürlich auch notwendig, Standards zu schaffen und sie zu gestalten. Und das machen wir ebenfalls mit unseren erfolgreichen Themen. Mein Einstieg in die Kapsch-Gruppe begann 1987 mit der Lehre als Nachrichtentechniker, welche ich mit dem Meisterbrief für Elektrotechnik abrundete. Nach einem kurzen Aufenthalt im technischen Kundendienst wechselte ich in die IT-Abteilung, wo ich nunmehr seit 14 Jahren leitende Funktion für die IT-Infrastruktur der Kapsch-Gruppe als auch unserer Kunden verantwortlich bin. Mit Verantwortung für sein eigenes Handeln und vor allem mit Disziplin beim Vorantreiben seiner Ziele stehen Ihnen alle Möglichkeiten für die persönliche Entfaltung in der Kapsch-Gruppe offen. Nach meinem Studium an der TU Wien Elektrotechnik habe ich einige Jahre als technische Expertin gearbeitet. Als Führungskraft im Bereich Engineering habe ich auch viele Erfahrungen gesammelt und hatte dann die Möglichkeit, in einer Bildungskarenz ein MBA-Studium zu absolvieren, um mich weiterzuentwickeln. In meiner neuen Funktion als Executive Expert Operational Excellence binde ich eine Brücke zwischen verschiedenen Bereichen, um nachhaltige Verbesserungen auf globalem Level zu bewirken. Nach meinem erst kürzlichen Masterabschluss Elektrotechnik an der TU Wien bin ich durch die Suche nach einer abwechslungsreichen und internationalen Tätigkeit beim Trainee-Programm von Kapsch gelandet. Mein aktuelles Hauptaufgabengebiet ist die Produktplanung einer Software im Bereich V2X, vernetzte Fahrzeuge. Und ich plane auch schon an meiner nächsten Station im Projektmanagement, die mich für sechs Monate an einen unserer Standorte in den USA führen wird. Ich kann jedem Absolventen nur ein Trainee-Programm empfehlen. Es ist ein super Karrierestart und man kann noch verschiedenste Dinge ausprobieren und das wird bei Kapsch perfekt gefördert. Mein beruflicher Weg startete mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau. Das ermöglichte mir verschiedenste Unternehmensbereiche wie Marketing, Sales, Finance und Human Resources kennenzulernen. Heute bin ich verantwortlich dafür, Talente und Experten für die Kapsch-Gruppe zu gewinnen. Ich freue mich dabei auf jede Bewerbung, aus der ich Leidenschaft für den Job, Freude, Spaß an unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft erkennen kann. Dann werden auch Sie Teil unserer Volksgeschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017